Hallo, ich bin die Amal, ich bin Dozentin der Schreibwerkstatt für junge Geflüchtete. Hier ist der Ahmad al-Muqrabi, 18 Jahre alt, ein Teilnehmer, und der liest uns jetzt einen Text von sich vor. Wir sind Zahlen geworden, eine Zahl für die Toten, eine Zahl für die Entwurten, eine Zahl für die öbrigen Opfer. 13 Millionen Menschen sind Zahlen geworden, innerhalb der Grenzen an den Staaten, eine Zahl für Flüchtlinge. Wir sind eine Zahl geworden, eine Zahl gestartet vom ersten Toten bis zum letzten. Aber wir halten an der Hoffnung fest.